Ja, McCoy hat die Augen geschlossen. Die Augen geschlossen werden. so bitte noch das einsammeln und dann kannst du hier weiter was für ein krampf lassen wir sie einfach machen irgendwie gibt sich das ja schon so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kann ich es schonmal alle von dem auf den umswitchen? Kann dem hier sagen, keine Steine mehr? Kann dem hier sagen, keine Steine mehr. Zu dem Task schicken. Und hey, wir haben es geschafft, einmal drum herum zu bauen. Also es bleibt jetzt wirklich nur das Stückchen hier. Von diesem riesigen Plateau. Und den Tälern links und rechts ist nichts mehr zu sehen. So, eine große leere Fläche. Okay. 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 Das war's für heute. so den flatten haben wir dann schon mal verschoben so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Vektorn Nummer 33. Ne, keine Ahnung, welcher das ist. Sammeln mal die Steine ein, die du da vergessen hast. So, jetzt würde ich aber mal sagen... Äh... Ist es Zeit zu speichern? So, sss... Save Override. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Also, bis gleich. Und jetzt geht's.